Bist du entspannt oder bist du ausgebrannt? Bist du locker oder bist du gestresst momentan? Du hast vollkommen recht, wir leben in einer unheimlich schnellen Zeit. Wir sind alle miteinander vernetzt und genau so kommen natürlich Sachen auf uns zu, wo man auf sagt, um Gottes Willen, wie mache ich das? Und wir werden immer schneller im Kopf. Und das ist nämlich eine Situation, die müssen wir irgendwie in den Griff kriegen, weil sonst drehen wir irgendwann einmal durch, weil wenn eine Maschine die ganze Zeit schneller und schneller und dauerhaft durchgeht, irgendwann einmal klickt es uns und schaut raus. Und das wollen wir ja alle nicht. Wie können wir im Alltag mit hoher Geschwindigkeit umgehen? Wie können wir uns immer wieder runter bremsen? Und welche Helfer sind für uns da, die uns erinnern würden? Hey, auf dem Gas, geh ein bisschen runter. Weil wir wissen ja, wenn es stressig, hektisch wird, sollte man eigentlich längsamer gehen. Aber wer tut das schon? Das sind ja alles so flotte und nette Sprüche. Aber wie kann man ja wirklich im Alltag leben? Das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt muss ich mir meine Jacke anziehen, weil ich habe jetzt einen Termin. Ich muss jetzt weiter. Ich muss mich schleuen. Ich bin schon recht spät und es ist kalt draußen. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Warum geht es jetzt? Merkst du es? Ich bin so ein Kasperl, ich weiß. Merkst du es? Das war jetzt ein absoluter Helfer für mich. Ich bin wahnsinnig schnell jetzt gerade gewesen. Aber die Jacke, die hat mir jetzt geholfen. Schau. Die Jacke habe ich irgendwann einmal in der Hektik zu schnell zugemacht und dann ist der Reißverschluss unten nicht mehr schön zusammengegangen. Und ich habe meine Schneiderin gefragt, ob sie mir das richten kann. Und sie sagt, bei der Jacke traut sie sich das nicht machen. Dann habe ich selber ein bisschen aneinander gebastelt mit einer Zange und habe da unten ein bisschen herum gebastelt. Und dann haben wir es wieder hingekriegt. Also wieder ganz, nicht hin. Und die Jacke funktioniert jetzt nur mehr, wenn ich sie langsam, wenn ich sie unten schön zusammen tue und wenn ich wirklich ganz gut achtsam langsam zutue. Und ich habe mir gedacht, die Jacke, die ist doch ein wahnsinns Geschenk für mich. Die erinnert mich immer dann, wenn ich sie zu mache, hey, langsam. Eufengas. Hey, ich funktioniere nur, wenn du mich langsam in die Hand nimmst. Und das ist doch genial. Und so hat man im Alltag, wenn wir wieder einmal zu schnell sein im Kopf, dann hat man viele Möglichkeiten. Auf der Strasse kann der so einer sein, der was vor uns wieder so langsam fährt, so provokant langsam. Oder ein Traktor, den wir es nicht überholen können. Oder jemand erzählt uns was in einer provokanten Langsamkeit und unser Kopf sagt, hey, tu weiter. Na, eben. Da war das Geschenk jetzt gewesen zuzuhören. Einfach nur da sein. Die Frage ist, ob wir die Geschenke checken und wir sie nutzen, weil die waren für uns da. Die waren jetzt für uns da. Das ist genial. Und darum hätten wir im Alltag ganz viele Möglichkeiten aus der Geschwindigkeit, aus der hohen Geschwindigkeit auszusteigen. Wirklich runter zu gehen. Erinnere dich bei dir selber im Alltag, was für dich so die Bremsen sein, die aus dir runterbremsen. Wo du dich aufregst eigentlich, warum der jetzt nicht weiter tut. Aber er wäre eigentlich für dich da, weil er würde dich jetzt einfach nur ein bisschen runterbremsen. Du weißt ja, mit der halben Geschwindigkeit kriegt man meistens das Doppelte. Blöder Spruch. Aber er stimmt. Was ist eine gute Möglichkeit, um wirklich runterzukommen, ist es, in die Natur zu gehen. Schau mal in der Natur. Da gibt es keinen, der was denkt. Also ein Baum oder ein Fluss oder die Fägel, die, was man hört, die denken nicht. Die sind komplett frei vom Denken. Man kann ja dazu sagen, die Natur hat keinen Mentalkörper. Und deswegen ladet uns das in der Natur sein extrem auf. Wenn ich beim Joggen oder Laufen unterwegs bin, dann brauche ich oft 10, 15 Minuten. Da denkt es noch recht. Aber gleich einmal danach bin ich aus diesem Denken draußen. Und auf einmal kommen Ideen daher, da hätte man nie gedacht, dass ich auf das komme. Weil ich eben frei bin vom Denken. Weil eben in der Natur uns das viel leichter fällt, wegzukommen vom Denken oder langsamer zu werden. Weil die Natur eben auch so langsam tickt. Schaffst du es, die Natur einfach zu beobachten? Den Fluss zum Beispiel. Den Fluss so einfach, ich gehe dir ein bisschen auf die Seite, den Fluss nur anschauen. Probieren wir das einmal 10 Sekunden lang. Und probiere es, ohne dass du darüber nachdenkst oder dass dein Kopf jetzt gerade irgendwas anderes wieder denkt. Probier nur den Fluss zu beobachten. Machen wir ca. 10 Sekunden. Gar nicht so einfach, gell? Oder? Probier das und üb das ein bisschen. Irgendwo in der Natur, einen Baum, wo die Blätter im Wind tanzen oder eben einen Fluss. Einfach in der Natur sein und die Natur zu beobachten. Und du merkst es selber, da kommt man unglaublich runter für diese Geschwindigkeit. Das könnte man, sollte man öfter nutzen. Ich liebe es wahnsinnig in der Natur zu sein, weil die Natur so einen eigenen, gemütlichen, natürlichen Rhythmus hat. Ja, ganz klar. Und da kann man sich einhängen. Und ich glaube mir Menschen, wir bräuchten das jeden Tag. Also, wenn wir das zu lange nicht gehen, wenn wir zu viel mit technischen Dingen beschäftigt sein und nicht in die Natur gehen, ich glaube noch fehlt uns etwas, als wenn wir beide Füße und beide Hände nicht mehr hätten. Also, wir brauchen die Natur. Wir brauchen sie unbedingt. Aber die Natur kommt nicht zu uns. Wir müssen halt zu ihr gehen. Wir müssen halt ausgehen aus unseren Wohnungen, ausgehen aus unseren Büros. Und wenn du sagst, ja ich muss aber am 7. in der Früh im Büro sein. Ja, dann bin ich halt von halbe 6 bis halbe 7 in der Natur. Also, erzählen wir uns selber nicht, worum es nicht geht, sondern suchen wir Möglichkeiten, wie es eben gehen könnte. Und schauen wir, dass wir da Regelmäßigkeit hineinbringen in dieses Aufladen. Weil die beste Batterie funktioniert nur, wenn man sie immer wieder aufladet und nicht, wenn man die ganze Zeit ausgibt und oben eben Vollgas unterwegs ist. Kannst du blöd schauen? Ich bin im Dorf aufgewachsen und wenn man früher so mit dem Radl als Kind unterwegs war, da hat man vor jedem Haus war da so eine Holzbank. Und da hat man die Oma drauf sitzen gesehen und die hat Socken gestrickt oder war einfach nur da. Und nachher sind andere Omas oder Opas gekommen und die sind sich noch ein bisschen dazugesessen, haben ein bisschen geredet, ein bisschen geingertet, also ein bisschen geratscht. Und waren einfach nur da. Da ist es um nichts gegangen. Da war nichts so wichtig. Da waren wir einfach nur da. Wenn man heute eine Holzbank im Dorf sucht, dann tut man sich eher schwerer. Aber wir können uns unsere eigene Holzbank vor unserem eigenen Haustier machen und zwar jetzt gleich. Wenn wir Möglichkeiten finden, im Alltag da zu sein, zu beobachten, zu schauen oder einfach nur nicht tun, sondern sein. Einfach nur da sein. In dem Moment sitzen wir auf unserer eigenen Holzbank und wir können blöd schauen, so viel, dass wir wollen. Wir können Löcher in die Luft starren und das ist ein unglaublich kreativer Prozess. Weil wenn wir leer sind vom Denken, nachher fällt uns auf einmal was ein. Wenn wir voll sein mit Denken, dann kann uns nichts einfallen, weil da oben ist ja komplett voll. Also unsere eigene Holzbank, unsere eigene Blitzschaugenbank, können wir uns machen. Jetzt. Es gibt viele, viele kleine Helfer, erkennen sie und nutzen sie. Und beobachte die Natur, weil die Natur hat keinen Mentalkörper, die hat keinen Denkapparat. Und da fällt es dir leichter, runterzukommen. Es ist zu wenig, wenn man das einmal tut und nach einem Monat nicht mehr. Wir müssen da eine Regelmäßigkeit einbauen. Und wir müssen lernen, uns und alles um uns herum wieder mehr zu beobachten. Eine ganz gute Hilfe ist so, wenn uns jemand etwas erzählt oder wir jemandem zuhören. Nachher ist es oft so, dass unser Denken schon die Antwort vorbereitet. Das kennen wir alle, gell? Probieren wir einmal einfach nur dem oder ihr zuzuhören. Einfach nur ganz bewusst und achtsam zuzuhören. Den Raum zu schenken, jetzt da zu sein. Und gar nicht im Denken schon wieder alles vorbereiten, was man jetzt darauf sagt und was. Sondern einfach nur zuhören. Das ist eine super Möglichkeit, auch vom Denken her ruhiger zu werden. Was genial ist, wenn wir das echt schaffen in dieser unglaublich schnellen, vernetzten Zeit. Wirklich unser eigenes, ruhiges, entspanntes, gelöstes, leichtes Thema zu finden. Oder eben unsere Leichtigkeit zu finden, dass wir eben gut unterwegs sein. Dass es uns gut geht. Dass wir entspannt sein. Dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Mit den richtigen Menschen zusammen sein. Und dass es uns einfach gut geht. Und nachher macht die Zeit, in der wir jetzt sein, einen unglaublichen Spaß. Und das wünsche ich dir. Ich freue mich schon, bis zum nächsten Mal. Bleib entspannt. Bleib ruhig. Du weißt jetzt, was du tun kannst, damit du wieder runterkommst. Damit du ein bisschen auf die Bremse gehen kannst. Probieren wir es. Ich freue mich schon, bis zum nächsten Mal. Bitte, Servus. Mach's gut.